Hey Leute, willkommen zu einer nächsten Mal Folge Fallout 4, auf meinem Twitch-Kanal, auf dem YouTube-Kanal und ich hoffe, dass ihr euren Spaß habt, wir haben eine Hardware-Tomberein. Ah, das ist die Farbe. 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 Okay. 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 Rente aus wie ein Flughafenbosten, ja, dachte ich mir schon. Okay, dann würde ich sagen, wir laufen jetzt mal in die Richtung weiter, können wissen was es jetzt da gibt. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 So, und wir zeigen auf jeden Fall, was das hier auch immer so weit ist. So, dann geht das immer nach North Hagen Beach. Dann ist schon wieder ein Part vorbei. Etter, die Zeit verkehrt hat, aber wie im Flug davon, dass ich einen freien Tag habe. Aber wir haben Osterhundert, das heißt, wir können länger streamen als sonst. Wir können mehr streamen als sonst. Und jetzt geht ja den Strom. So, das wäre dann entschieden. Wir würden sagen, hier bauen wir jetzt erstmal ein bisschen Verteidigung. Das ist auf jeden Fall kein kleines Gebiet. Was wir merken wir auf jeden Fall. Wir haben ein ziemlich großes Gebiet hier zum bauen. Und... ...abzüglich Sicherheit sollte eigentlich reichen. Wir räumen das einfach noch ein bisschen auf. Mal mit dem ganzen Schrotthaufen hier. Gucken wir mal, da habe ich schon wieder was anfangen. Wie groß das Gebiet eigentlich ist. Das ist schon... ...nicht klein. Ja, wofür können wir sagen. Na gut... Warten wir im Kranwett, räumen wir jetzt hier mal ein kleines bisschen auf. Und dann würde ich sagen, North Island Beach ist gesichert, wir haben drei neue Siedlungen jetzt freigeschaltet, vier neue sogar, und dann nochmal kurz mit Gas dahin, aber wir dort natürlich auch ein bisschen unter Schlupf, können wir auch dort ein bisschen von Verteilung sorgten, dann war es ja, Royal TS, Leute, das war echt unwittig, aber wir gucken mal, was wir hier brauchen, ok, wir haben hier kein Essen, keine Betten, keinen Schutz, ok, da haben wir hier, das heißt, wir brauchen erstmal Energie, dann platzieren wir einen Funkleitstrahl, so, 我们 gehen dann noch記 dieselbe meine Berührung, dann li schlecht verteilen wir auch aber die italiensteigїde sind parfois die quarterär amphib dig, was wir brauchen endlich mal gut, aber nicht vieludes, auf komplett, self毛ne, dass diese vorangehungen haben sind und natürlich gibt nichts So, bauen wir jetzt noch hier ein Platt hier. So, Analyse halt das gute Stück dann wird es auch haben. So ist ein Wasser. So, analyse halt das gute Stück dann wird es auch hier. Okay. So, analyse halt das gute Stück dann wird es auch hier. Dann brauchen wir hier drin noch ein paar Betten. So, analyse halt das gut. So, analyse halt das gut. So, analyse halt das gut. So. 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 So.